Wir sind jetzt so weit, um die Flügel wieder an den Rumpfen montieren. Dazu haben wir uns ja so eine Laschenkonstruktion ausgedacht, zusammen mit dem Statiker, und wollen also den abgeschlittenen Flügel wieder adaptieren. Und dazu habe ich auch einen super kompetenten Partner, die Firma Berger, und die unterstützt mir also da maßgeblich. Und vor allen Dingen habe ich das richtige Kran-Equipment, dass das jetzt Rupert Willen-Prozess sicher abläuft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bist du zufrieden mit deinem Arbeitersept? Absolut. Also ich habe das perfekte Team zur Hand, zur Seite. Und besser kann es eine gar nicht gehen, weil wenn du die richtigen Partner hast, dann kannst du eine gute Arbeit abläufen. Und der Abenteuer ohne Georginhos, 1 bis 2 bis 2 bis 2 bis 3 bis 3 bis 1 bis 2 bis 3 bis 4 bis 59 hebt. slutreante Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018